Und jetzt so eine Zerschwendung ziemlicher Oh, ein Gehirn Und... Was? Muss ich da runter springen? Oder weiter vorne runter? Oder... Wo muss ich runter? Ah, wo kommt der denn jetzt her? Ist ja unfair Ich spring da runter Und hoffe einfach mal, dass ich da richtig bin Oh, da gibt's Medkit So... Was war das jetzt? Ich werde echt paranoid langsam, ne? Ich seh schon wieder Sachen, die es gar nicht gibt Was ist da unten noch? Oh, ganz viele Gegner Da ganz schnell weg, da rauf Da oben gibt's was Nichts Davon haben wir schon genug eigentlich Das lassen wir liegen Für später mal Und wo muss ich hin? Wo will ich hin? Wo will ich hin? Ich glaub da muss ich die große Knarre mal auspacken Und treff natürlich überhaupt nichts irgendwie Was ist denn da Was ist denn da ist? Warum sterbt ihr nicht? Ihr solltet sterben, wenn ich über die BFG auf euch sch... Schieß Und dann danach auf mich schießen und mich töten Und wie viel schießt denn der jedes Mal? Ja Und wieso sind die so blöd die... Leitern Ja, die sind so blöd die Leitern hochzuklettern Das sind keine Treppen, nein Das sind Leitern Das sieht man direkt Und... Wo kommt ihr alle her? Ich glaub ich lauf da einfach besser durch oder wie sieht das aus? Na komm lad 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 Okay Ich lauf einfach ganz schnell durch Ihr kriegt mich nicht Ihr kriegt mich nicht Ui Ich hab keine Ahnung wo ich bin Aber ich lauf ganz schnell Ganz schnell Ich renne Ich renne Und ich will Ich will dahinter Was ist das? Munition? Nehm ich noch mit Und wir laufen ganz schnell Wir rennen Wir rennen Und da lauf Ich will rauf Lass mich rauf Und Ähm HÄH Und was hab ich überhaupt aufgenommen gehabt? Woh WUH EYEYEYEYEYEY Das hat mich jetzt erschreckt Hier bin ich falsch Definitiv na komm her komm hier nicht rein ab in den teleporter können wir in den anzug und sind wir am start sind wir am start das ist ganz schlecht ganz schlecht also so wie ich das sehe kommen die gegner wieder irgendwie und wir müssen den richtigen teleporter nehmen richtigen weg mehr oder weniger hoffe ich dass ich das richtig verstanden habe wir sollten uns vielleicht für einen wasser hat sind die gegner zu schießen oder kommen die wirklich immer wieder ja erst das thema grund des mädchen auf die fg sage ich niemals nie und wo muss ich denn hin ich glaube aber ganz schnell und klettert drauf und kann uns los dachte mir fast schon und wir rennen weiter wir rennen weiter wir gehen in die tür drei keys irgendein schlüssel also drei schlüssel arten nein drei schlüssel irgendeine art so richtig und wir laufen einfach weiter das machen wir jetzt alles wegen speedrun mäßig ach der ist so tot er ist tot naja ist auch ungesund wenn man sich so ein stecken in den arsch schiebt also wir sollen das damit nicht übertreiben wo geht es da lang zu noch mehr gegnern und zu meinem tod wie ich feststelle ach ja dann muss man glaube ich springen und dann wo war ich denn jetzt nicht drin da war ich da schon war ich da nicht schon ah red key gut wir haben einen roten schlüssel und damit müssen wir jetzt wo müssen wir damit jetzt hin eine ausgezeichnete frage wie er und warum laufe ich überhaupt so schnell ich könnte auch testen ob ich tot schießen können nein ich laufe lieber durch die gegend jetzt mal eine schnelle runde und da ist offen da ist offen ich will dieses herz mitnehmen kann es kaputt schießen kann es kaputt sägen ja ich sehe es kaputt komm hat nimmig geht gar nichts ne so jetzt haben wir den gelben schlüssel und wollen wo wollen wir damit jetzt hin nein nicht wieder zurück zum anfang oder wollen wir zurück zum anfang nein nein oder nee wo wollen wir hin wo wollen wir hin gute frage wo wollen wir hin wir wollen wir wollen ganz schnell dahinter laufen und da runter springen und ich habe keine ahnung wo ich hin will aber hier war nicht ein gift nein nicht nur ein gift dahinter nein da war nichts nein ok 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 was war da noch rüstung nein die lassen wir erst noch liegen die lassen wir erst noch liegen und und wir wollen nein den teleporter einer waren wir schon wo wollen wir denn hin ich bin mir so unentschlossen ich will uff wo bin ich denn überhaupt ok wo waren wir denn noch nicht auf hoch drauf auf 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 ich will drauf ok wir haben einen gelben schlüssel da aufgesammelt büm 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 können wir da irgendwas machen nein was war da hä war ich noch gar nicht ändern die sich oder was ja 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 so was ist da hm nichts moment doch vielleicht nein oder nein so auf jeden fall nichts nein büm 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 ich hätte rüber gemisst stimmt's da ist bestimmt irgendeine tür oder so und das war jetzt der linke der da ja was ist da noch nichts noch mehr nichts und ein gang und die holzläden halten uns alle stand und speichern speichern auf jeden fall mhm bop bop bomm 3 4 ja ich bin in der denkbar günstigste position für einen kampf mit einer in einer ecke wo ich mich nicht wehren kann ach komm geht weg geht weg ihr langweilt mich key key tür die geschlossen ist null geschlossene türen in diesem spiel und jetzt wollen wir wir wollen wir wollen den erstmal töten geht mir auf die nerven der Mistkerl ahja herrlich wie ich vorbeischieße herrlich na also und was soll die restlichen gegner sind jetzt alle weg oder was stärkhaltung fragen und da oben sind sie leben doch noch ich hab mich und hier schießen sie immer mit der gegenseitig wie es aussieht naja ich mach totale munitionsverschwendung und nicht die schwächsten gegner mit ach ich will doch kein bester hacker das kann ich doch nicht und wir wollen extra helfe und noch mehr helme moment und jetzt ich glaube ich weiß was jetzt ist also damit hab ich nicht gerechnet okay jetzt wo ich nicht mehr brauch kriege ist natürlich wen wundert das jetzt ernsthaft äh äh okay ja jetzt ist der vierte hund und jetzt nehmen wir noch schnell die rüstung wo war die jetzt äh wo war die jetzt wo war sie äh da lang ja da ist sie 200 yeah so und jetzt müssen wir nur noch den richtigen hola und warum stehen da so viele fässer standen die vorigen schon da egal äh wir müssen äh in welchem wohl wir jetzt müssen in welchem wohl aber bestimmt nicht in den wo und warum habe ich so wenig gegner getötet egal ich wollte halt mal eine schnelle runde spielen und ja gut so viel zu schnell man immerhin 10 minuten es reicht es reicht wir wollen ja auch nicht ewig dasselbe spiel spielen oh okay